Eine große Vorschau auf die nächste Canon-Kamera, noch eine weitere Vlogging-Kamera von Sony und die letzte Folge von Fotografix News vor der Sommerpause. Ich würde sagen, Abflug in die Themen der Woche. Hallo, herzlich willkommen und ich verkünde feierlich, wir haben es geschafft. In unserem Team-Chat hat Jonathan gestern zuerst entdeckt, dass der YouTube-Kanal von Fotografix jetzt 1000 Abonnenten und Abonnenten hat. Ich freue mich echt tief darüber, dass unser Projekt in so kurzer Zeit schon so viel Anerkennung bekommen hat und bedanke mich dafür schon einmal ganz, ganz herzlich. Den versprochenen Kuchen, darüber rede ich jetzt glaube ich schon seit fast einem Monat, schaffe ich aber leider erst nach der Sommerpause. Aktuell hätte ich leider nur Zeit für eine Backmischung und weil ich die ja selbst am Ende essen muss, habe ich da nicht so wirklich Lust drauf. Also, ich komme auf jeden Fall wieder darauf zurück. Wo es ganz, ganz bestimmt keine Backmischung gibt, ist unser Sponsor Fotokoch. Denn bei eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie gibt es stattdessen wieder einmal richtig gute Angebote. Vor wenigen Tagen ist eine neue Aktion für Sony-Objektive gestartet. Dabei gibt es bis zu 200 Euro Sofortrabatt auf ausgewählte Objektive. Wer dafür noch eine gute Kamera braucht, der findet bei der Sommer-Cashback-Aktion bei Sony weitere gute Deals. Es ist unter anderem die Sony A7IV für nur etwa 2000 Euro. Klingt interessant. Alle weiteren Infos gibt es natürlich wie immer über den Link in unseren Shownotes. Der 17. Juli könnte wirklich frischen Wind in die Welt der Kameras bringen. Denn in den letzten Wochen hatte ich bei Fotografix News immer wieder über neue Kameras von Nikon, von Sony, von Fuji und sogar von Pentax und OM System berichtet. Canon-Fans gingen dabei aber leider meist leer aus. Jetzt hat Canon aber für den 17. Juli ein Event angekündigt, auf dem der Hersteller höchstwahrscheinlich die EOS R5 Mark II und die EOS R1 vorstellen will. Da wird zur EOS R5 Mark II schon relativ viel wissen, will ich an dieser Stelle eine kleine Vorschau präsentieren. Erstmal kurz zum Event. Canon betitelt es als EOS R-System Live Event. EOS R-System Live Event, genau. Und wenn ihr live dabei sein wollt, dann könnt ihr das über einen Livestream auf YouTube, der am 17. Juli um 12 Uhr deutscher Zeit startet. Dass die R5 Mark II kommt, ist zwar noch nicht ganz offiziell bestätigt, aber zumindest sehr wahrscheinlich. Für die R1 kann ich mir gut vorstellen, dass Canon entweder die ganze Kamera final vorstellt oder einfach nur weitere Eigenschaften präsentiert. Hier weiß die Gerüchteküche aktuell leider auch nicht mehr. Was die R5 Mark II betrifft, da gibt es schon deutlich mehr Infos. Die Kollegen von Canon Rumors haben hier eine wirklich gute Übersicht mit einigen wahrscheinlichen Spezifikationen und R-Wagenvermutung zusammengestellt. Und die will ich euch eben jetzt vorstellen. Wo wir uns recht sicher sein können, die R5 Mark II wird wohl mit einem 45 Megapixel starken, rückseitig belichteten Stacked-Sensor erscheinen. Also zu ziemlich alles, was man haben will. Dieser soll mit einem mechanischen Verschluss 12 Bilder pro Sekunde und bei einem elektronischen Auslösen 30 Bilder pro Sekunde schaffen. Darüber hinaus soll die Kamera den Eye-Tracking Autofokus der R3 erhalten und ein neues Design bekommen, das die Kamera über zwei Luftschächte passiv kühlt. Daher gehen wir aktuell davon aus, dass Canon wohl noch kein oder wohl in Zukunft kein weiteres R5C Modell für den Videoeinsatz vorstellt. Trotz des neuen Designs könnte es aber zusätzlich eine Art Batteriegriff, den man unten dran schraubt, mit aktiver Kühlung geben. Und spätestens damit sollte die Kamera dann entspannt und ohne Hitzeprobleme mit 8K bei 60 Bildern pro Sekunde filmen können. Als Speicherkarten sollen CF-Express-Typ B und SD-Karten zum Einsatz kommen und der Startpreis könnte mit 3.999 US-Dollar genau 100 Euro über dem Preis der Vorgänge liegen. Übertragen wir diese Preissteigerung auf den deutschen Markt, dann könnte die Kamera für 4.599 Euro an den Start gehen, denn die erste R5 kostete damals hierzulande schließlich 4.499 Euro. So viel zu den noch nicht bestätigten Gerüchten, wenn wir uns ein bisschen aufs Glatteis bewegen, dann zählt Canon Rumors noch folgende Canon Rumors auf. So könnte es sein, dass die R5 Mark II keine Blackouts im Sucher bei Serienbildaufnahmen zeigt. Es könnte einen besseren Pixel-Shift-Modus für Aufnahmen mit noch mehr Megapixeln geben. Einige Knöpfe könnten zudem irgendwie illuminiert sein, ob das dann mit fluoreszierender Farbe oder kleinen LEDs erfolgt, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Eventuell hat das RC-Display auf der Rückseite zudem eine doppelt so hohe Auflösung wie bei der Vorgängerin. Die Kamera könnte einen zuverlässigen Autofokus noch bei einer Unterbelichtung von minus 8 Blendenstufen garantieren. Die elektronischen Verschlusszeiten liegen womöglich bei bis zu einer 8000 Sekunde und der Dynamikumfang könnte 16 Blendenstufen umfassen. Das Magazin spricht zudem von einigen Firsts, also Neuanführungen bei Canons Autofokus-Algorithmen. Vielleicht setzt der Hersteller hier wie Sony auf KI und erlaubt noch weitere Tracking-Funktionen, die dann auch zuverlässiger funktionieren. Zu guter Letzt könnte die RS-R5 Mark II ein etwas schwereres Gehäuse haben und der IBIS hat möglicherweise auch einen neuen Performance-Modus. Die großen Leaks, wie sie meist vor der Vorstellung einer neuen Kamera auftauchen, etwa geleakte Pressebilder oder ein offizielles Datenblatt, die fehlen aktuell leider noch, aber vielleicht tut sich da ja noch was bis zum 17. Juli. Wollt ihr bis zum Launch, es gibt ja leider keine Fotografics-News-Folgen bis dahin, keine Canon-News verpassen, dann schaut am besten regelmäßig bei fotografics-magazin.de rein. Okay, ganz kurz noch einmal zurück zu EOS R1, die ich ja auf keinen Fall vergessen will. Zusammen mit Gerüchten über die Präsentation am 17. Juli gibt es noch eine spannende Spekulation bezüglich des Sensors. So sollen zwei voneinander unabhängige Quellen gegenüber Canon-Rumors davon gesprochen haben, dass die R1 einen DGO-Sensor bekommen könnte. Sogenannte Dual-Gain-Output-Sensoren kommen eigentlich nur bei Cinema-Kameras zum Einsatz, etwa in der EOS C300 Mark III oder der C70. Und dabei werden Pixel in zwei Verstärkungsstufen ausgelesen, und zwar gleichzeitig, und anschließend zu einem Bild zusammengefügt. Der Vorteil wäre hierbei, dass Canon einen deutlich höheren Dynamikumfang erreichen könnte. Laut Hersteller sollen bei derartigen Sensoren mehr als 16 Blendenstufen drin sein. Das würde neue Maßstäbe setzen. Ich bin vor allem gespannt, wie Canon das bei Fotos machen will. Wo ich hingegen nichts mehr spekulieren muss, ist Sonys nächste Vlogging-Kamera, denn der Hersteller hat, wie letzte Woche vermutet, die ZVE-10 Mark II vorgestellt, und in dieser verbessert Sony einige Eigenschaften des Vorgängermodells. Wie im Vorfeld vermutet, kommt der 26 Megapixel starke CMOS-Sensor im APS-C-Format aus der Alpha 6700 zum Einsatz. Da die ZVE-10 II aber strikt für Videos ausgelegt ist, fehlt dabei ein mechanischer Verschluss. Mit zweimal schnelleren Auslesegeschwindigkeiten als in der Vorgängerin, die unter anderem durch einen neuen Prozessor erreicht werden, will Sony den Rolling-Shutter-Effekt aber noch einmal deutlich minimieren. Ebenfalls verbessert wurde der Autofokus, der nun mit 759 Messfeldern arbeitet und 94% des gesamten Bildfeldes abdeckt. Zwar fehlt der integrierte AI-Chip oder KI-Chip für den Autofokus, den Sony bei teureren Modellen verbaut. Motive wie Menschen, Tiere, Vögel und noch ein bisschen mehr will die Kamera dann aber trotzdem erkennen können. Bei den Videospezifikationen unterstützt die Kamera 4K-Videos bei 60 Bildern pro Sekunde. Erfreulich ist zudem, dass die ZVE-10 mit einer Farbunterabtastung von 422 und 10-Bit-Aufnahmen jetzt mit deutlich teuren Modellen gleichzieht. Dank 6K-Oversampling sollte die Qualität dann noch eindeutig besser sein. Und bei 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde fällt ein Crop-Faktor dann fast ausschließlich weg. Wie hätte es auch anders sein können? Natürlich ist ein Trend aktuell. Der Import von Lutz ist natürlich möglich. Alternativ könnt ihr in S-Cinetone, S-Log3 und HLG aufnehmen und Lutz in der Nachbeabteilung anbinden. Für eine bessere Audioqualität bringt Sony jetzt das integrierte 3-Kapsel-Mikrofon aus anderen Kameras der ZV-Reihe in das günstigere Modell. Ein Windschutz ist wieder einmal im Lieferumfang enthalten. Was ich zu guter Letzt noch echt erstaunlich finde, Sony integriert den bekannten NP-FZ100-Akku in die kompakte Kamera. Der kommt ja eigentlich bei Sonys Profi-Kameras zum Einsatz oder bei den größeren DSLMs. Ohne ist relativ groß und für den recht großen Akku in der kleinen Kamera dann noch Platz zu finden, hat sicher einiges an Indieners-Leistung gebraucht. Und, das ist der Vorteil, dadurch steigt das CIPA-Rating von 440 Bildern auf 600 Bilder pro Akkuladung. Also ein echt gutes Upgrade. Was bei der ZV-E10 II leider fehlt, ist ein ins Gehäuse integrierter Bildstabilisator. Dabei wollen wir wohl keinen Platz mehr. Beim Vloggen müsst ihr also auf Sonys mehr oder weniger effiziente elektronische Stabilisierung vertrauen. Oder ihr kauft das neue 16-50mm f3.5-5.6 OSS II dazu. Das Kit-Objektiv wurde ein wenig verbessert und kommt mit einem optischen Bildstabilisator. Alleine kostet das neue Objektiv 330 Euro. Im Kit zusammen mit der neuen Kamera wird aber nur ein Aufpreis von 100 Euro fällig. Also abschließend zu den Kosten der neuen Kamera. Leider steigt der Preis von damals nur 750 Euro auf 1099 Euro. Zusammen mit Objektiv werden entsprechend 1199 Euro fällig. Was haltet ihr von der neuen Vlogging-Kamera? Schreibt mir das ganz, ganz gerne in die Kommentare. Okay, Canon hatten wir jetzt, Sony auch. Fehlt also noch Nikon, oder? Perfekt. Denn es gibt neue Spekulationen über zwei Kameras, die der Hersteller vor kurzem registriert hat. Die Seite Nikon Rumors geht davon aus, dass es sich bei den neuen Registrierungen um Nachfolgemodelle der Nikon Z50 und der Coolpix P1000 handeln könnte. Die Z50 ist bereits seit fünf Jahren auf dem Markt und daher klingt es recht plausibel. Dass Nikon im APS-C-Bereich etwas Neues vorbereitet. Eher überrascht sind wir, oder bin ich, daher von den Spekulationen zur Nachfolgerin der P1000. Denn die P1000 ist mit einem Release im Juli 2018 schon deutlich älter. Nikon hat im Februar wohl auch die Produktion eingestellt und da die Kamera aber eine enorme Brennweite von 24 bis 3000 Millimetern in ein recht kompaktes Bridge-Kamera-Gehäuse packt, hat die Kamera im Netz und bei Hobby-Vogel-Fotografen durchaus für Aufsehen gesorgt. Wenn Nikon also ein paar mehr Neuerungen integriert als Panasonic in ihrer neuen Bridge-Kamera, mehr Infos dazu in der Folge von letzter Woche, dann könnte das ja echt spannend werden. Was werden müssen wird es auch langsam mit dieser Folge, denn auch die muss einmal zu Ende gehen. Und wie ich letzte Woche ja schon kurz angeschnitten habe, geht es für mich in den Urlaub und für Fotografics News damit in die Sommerpause. Nächste Woche schnappe ich mir also meine Kamera, mein bisher viel zu selten benutztes 16 bis 35 Millimeter von Sigma und schaue mal, ob sich die Landschaften in Kalabrien von ihrer besten Seite zeigen. Endlich mal wieder Zeit zum Fotografieren. In letzter Zeit bin ich da wirklich nur beruflich zugekommen, was ich echt immer schade finde, weil es noch ein bisschen anders sich anfühlt, als wenn man mal seinem Hobby wieder nachgeht. Wenn ihr mögt, bringe ich nach der Sommerpause gerne ein paar Eindrücke mit. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann also planmäßig am 9. August wieder. Bis dann wünsche ich euch alles Liebe. Guckt euch den Canon Launch an und schreibt mir, wie ihr ihn findet. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut am besten regelmäßig auf fotografics-magazin.de vorbei. Bis in ein paar Wochen. Lasst es euch gut gehen und auf jeden Fall auf Wiederhören. Lasst es euch gut gehen und auf jeden Fall auf Wiederhören.